WWE verlässt das Performance Center und schickt das eigene Produkt in den Thunderdome. Wir blicken auf alle anstehenden WWE-Veranstaltungen voraus. Außerdem umstrittenes Comeback, warum die Rückkehr des Velveteen Dreams für Unmut sorgt. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Es ist ausnahmsweise mal nicht Sonntag und dennoch hört ihr eine frische Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Der Terminkalender erplatzt aus allen Nähten. Bei uns gibt es in den nächsten Wochen fast jeden Tag einen Podcast. Wenn ihr die Ausgaben vor allen anderen und ohne Werbung hören wollt, dann schaut gerne mal bei uns auf Patreon vorbei. Wir haben ein wirklich volles Programm. Summerslam, Takeover, Payback und außerdem heute noch ein Thema, was euch sehr am Herzen lag, über das wir auch sprechen wollen. Der Velveteen Dream ist zurück. Reden möchte ich über diese Themen mit einem unserer News-Sprecher vom Spotfight-Channel. Es ist sein zweiter Auftritt hier bei Hauptkampf. Wenn ich mich recht erinnere, ja doch, meine interne Datenbank sagt, ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Leon, da rein spaziert. Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich zum zweiten Mal wieder hier sein darf. Eine Raw-Review habe ich auch schon gemacht. Eine Raw-Review hast du auch schon gemacht. Stimmt, dann ist der zweite Hauptkampf-Auftritt, genau. Brennst du denn auf die kommenden zwei Wochen? Ja, das ist ja gerade schon in der Anmoderation angedeutet. Es wird eine Podcast-Überflut sein und es wird eine Show, Shows am Überfluss geben. Also ich weiß nicht, ich bin gerade noch ein bisschen overwhelmed von dem Ganzen. Ich sehe von Tag zu Tag und was anderes kann ich nicht machen. Es gibt noch auch, ja, eine neue große Ankündigung, die WWE jetzt rausgehauen hat, die für uns selbst jetzt, ja, gar nicht so unfassbar groundbreaking war, die aber jetzt halt trotzdem die Bombe hat platzen lassen. Es gibt ja den Umzug ins Amway-Center, über den wir gesprochen haben und WWE hat dem Ganzen nochmal einen eigenen Namen gegeben. Thunderdome. Da wird es auch ordentlich brennen. Man ist endlich raus aus dem Performance-Center, geht rein ins Amway-Center und wenn wir uns ansehen, wie WWE das Ganze verkauft. Man hat in einer Pressemitteilung geschrieben, ein State-of-the-Art-Set, Videoleinwände, Pyrotechnik, Laser, innovative Grafiken und Drohnenkameras werden das Erlebnis der WWE-Fans auf ein beispielloses und noch nie zuvor dagewesenes Level heben. Es werden auch Fans eingeblendet, so wie man das derzeit bei der NBA schon sehen kann. Jeder hat da so seinen eigenen Sitz und wird dann, ja, mit 10 FPS je nach Internetleitung zugeschaltet. Und Kevin Dunn, unser Lieblingsproducer, der hat gesagt, WWE hat eine lange Geschichte mit der Produktion von großartigen Live-Spektakeln in Sport und Unterhaltung, doch nichts ist vergleichbar mit dem, was wir bei WWE mit Thunderdome entstehen lassen. Es wird größer werden als Wrestlemania. Wie gut es wird, das sehen wir am Freitag. Da ist es bei SmackDown das erste Mal soweit. Es gibt auch mittlerweile erste Videos vom Aufbau. Mir ist im Voraus gerade mal völlig egal, ob ich eine falsche Erwartungshaltung habe oder nicht. Ich habe richtig Bock auf die neue Location und wenn WWE eigentlich was konnte in den letzten Jahren, dann war es Sachen richtig ordentlich dick produzieren. Ja, das ist so ein WWE-Dring. Sachen überproduzieren. Aber das mögen ja auch viele, das lieben viele an der WWE. Und ich bin vielleicht nicht ganz so aufgeregt wie du, aber ich freue mich auch auf jeden Fall über den Standortwechsel, weil das Performance Center, wenn man zum Beispiel an AEW vergleicht, AEW hat schon mehr Leben drin. Und Performance Center auch durch die Fans, nee, ist nicht meins und es ist auch nicht das von vielen Fans. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird, auch wenn dann Fans zugeschaltet werden. Bei WWE muss man ja auch mal gucken, ob sie dann nicht irgendwie übers Ziel hinausschießen, was auch die ganzen LED-Sachen, was die Lasershows, was die Drohnen angeht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf ein bisschen Abwechslung, wenn man sich die letzten Wochen anguckt. Ich glaube auf jeden Fall, was mich daran so fasziniert, ist, dass wir endlich mal wieder so ein, vielleicht so ein bisschen larger-than-life-Feeling von WWE vermittelt bekommen. Denn wenn die Turnhalle 1 war, dann nicht larger-than-life, wo man eben jetzt auch WrestleMania drin veranstaltet hat. Ich habe das irgendwann letzte Woche mal gesagt, ich habe da wirklich so ein Trauma. Ich kann auch diesen WrestleMania-Theme-Song gar nicht hören, weil ich mit dieser WrestleMania so viele Albträume verbinde, dass ich da überhaupt nicht, ich will da gar nicht dran denken. Es gibt auch erste Bilder schon mittlerweile. Es gab ein Video, was da aus dem M-Way Center schon, ja, den Weg in die Öffentlichkeit geschafft hat. Da ist so eine riesige LED-Kuppel, die man da baut. Und allein aus diesem Grund, glaube ich, wird es erst mal auch unabhängig vom Produkt Interesse generieren. Und wir werden hier natürlich auch am Samstag dann in der SmackDown-Review darüber sprechen. Es gibt noch ein paar Details zum Deal, die ich einfach der Vollständigkeit halber jetzt noch hier mit raushauen möchte. WWE zahlt jetzt bis Mitte, Ende Oktober insgesamt circa 450.000 Dollar an das M-Way Center, wo man ja bis dahin produzieren wird. Das ist für die Company, die jetzt im letzten Quartal über 40 Millionen Gewinn gemacht hat, nicht wirklich was, was ins Gewicht fällt. Und man hat halt einen positiven Punkt, dass man halt im M-Way Center auch Arbeitsplätze sichert. Das ist natürlich auch was, was wir positiv hier mal noch vermerken sollen. Es wäre natürlich noch schöner, wenn WWE nicht erst 40 Prozent der eigenen Belegschaft wegen Sparmaßnahmen nach Hause geschickt hätte, die im Nachhinein unbegründet waren. Aber ansonsten ist das doch eine runde Nummer und dann ist die WWE-Produktion bis Oktober, denke ich mal, aufregender als in der Trainingshalle. Ja, es gibt überall frohen Nachteile. Also das mit dem Arbeitsplätze sichern ist natürlich ein Riesenvorteil. Du hast gesagt, die 40 Prozent cutten vorher unverständlich, weil die WWE das größte Plus, glaube ich, wie der F. Mölzer gesagt hat, der Geschichte gemacht hat. Aber es gibt natürlich einen großen Nachteil, den viele Fans noch nicht sehen, wo ich mir gestern ein bisschen den Gedanken drüber gemacht habe. Oder als ich Smackdown geguckt habe, das war nicht gestern, vorgestern irgendwann. Als ich Smackdown geguckt habe, du kannst halt, wenn du es live machst, solche Sachen wie mit dem Fiend und Braun Strowman nicht mehr machen. Oder auch bei Raw gab es einen sehr, sehr offensichtlichen Cut bei der Promo von Apollo Crews. Das geht natürlich nicht mehr. Du kannst es nicht mehr so, in Anführungszeichen, perfekt produzieren, wie du es halt die letzten Wochen gemacht hast, weil es eben live ist. Und ich glaube nicht, dass es so eine große Umstellung wird, weil die WWE einfach Vollprofis sind. Aber es wird eine bisschen andere Präsentation wieder werden. Wenn WWE jetzt halt glaubt, dass das die strukturellen Probleme im Produkt löst, und da sind, finde ich, bei Raw diese Woche nochmal sehr deutlich einige Dinge offengelegt worden, dann glaube ich, wird man auch relativ schnell merken, dass der Thunderdome und das Amway Center da allein nicht reichen, um Fans zurück an den TV zu bekommen. Es gab einen Kommentar unter einem News-Video, was du auch, glaube ich, gemacht hast. Da hat jemand geschrieben, WWE ist so, als würde man die Klausur verhauen und dann den Klassenraum dafür verantwortlich machen. Was hältst du von diesem metaphorisch anspruchsvollen Kommentar? Das ist eine sehr schöne Metapher. Ich habe ihn gerade vor mir. Ja, ich stimme dem kommentierenden Florian Herrmann zu, sagen wir mal, 80 Prozent zu. Ich glaube schon, dass das Performance-Center ein Teil dazu beigetragen hat, dass die Ratings runtergehen. Das ist nicht der Hauptgrund, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber mit WWE verbindet man eben dieses Große, dieses Larger-than-Life, wie du es gesagt hast. Und das in einem Performance-Center so rüberzubringen, wie man es in Arenen gemacht hat und wie man es bei WrestleMania in Stadien gemacht hat, das kannst du im Performance-Center nicht machen. Und jetzt kannst du es im Amway Center wieder ein bisschen, du kehrst ein bisschen zur Normalität zurück. Ja. Und Normalität für die WWE ist eben dieses Riesige. Und viele der Casual-Fans wollen einfach ein Spektakel sehen, wollen eine Show sehen. Die sind nicht unbedingt an den Storys interessiert, sondern an den vielen blinkenden Lichtern und dem Drumherum. Entrances und so weiter. Ja, Mann. Entrances. Ja, es ist dieser Show-Aspekt. Und den bekommst du halt wieder mit zurück. Ich glaube nicht, dass es sich groß auf die Ratings auswirken wird, vielleicht in den ersten ein, zwei Shows. Aber das Hauptproblem ist einfach Creative und nicht mal Creative, sondern der Mann, zu dem Creative aufschaut. Wenn der Thunderdome, ich liebe dieses Wort, wenn der Thunderdome nice wird, von Freitag bis Montag, dann werde ich das sagen. Wenn nicht, dann übrigens auch. Bei Raw meinte man ja, dass WWE das jetzt von SmackDown bis Raw am kommenden Wochenende erstmal durchziehen will. Wie es danach weitergeht, war nicht ganz zu entnehmen. Also ob dieses Thunderdome-Ding danach auch wirklich weiter bestehen bleibt oder ob man das jetzt im Rahmen vom Summerslam-Wochenende wirklich nur so groß aufzieht. Aber wie es dann weitergeht in den nächsten Wochen, direkt eine Woche nach dem Summerslam, das können wir schon sagen. Und zwar mit Payback. Das ist ein Event, was mich in meiner Planung sehr oft immer so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Warum macht man das denn? Warum veranstaltet man ein Pay-Per-View eine Woche nach einem Pay-Per-View? Das liegt ein bisschen sehr komisch, diese Großveranstaltung, direkt nach dem Summerslam. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum man den Pay-Per-View nicht einfach streicht, weil es ist ja auch nicht so, dass man unbedingt so viele Einnahmen noch generiert. Es ist ja nicht mehr so, dass man ein Pay-Per-View kauft als Zuschauer, sondern das WWE-Network diesen Pay-Per-View zeigt, für das man eh bezahlt. Klar, im Ausland ist es nochmal was anderes, aber ich glaube nicht, vielleicht ist es doch ein finanzieller Aspekt. Ich meine, sie haben auch 40% ihrer Belegschaft gefeuert. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ein Pay-Per-View nach einem Pay-Per-View-Wochenende, vor allem nach einem Big-Four-Pay-Per-View-Wochenende, das ist doch, das ist doch, weiß ich nicht, das ist doch dumm. Das macht doch keinen Sinn. Das kann man so behaupten. Ich hoffe halt, das heißt nicht, dass wir beim Summerslam möglichst viele Fuck-Finishes haben werden. Das befürchte ich auch, das befürchte ich auch, kein Scheiß. So baut WWE halt in der Regel kurzfristig Matches auf und wenn ich mir jetzt überlege, Payback, wie willst du denn jetzt auf eine andere Art und Weise ein Pay-Per-View innerhalb von einer Woche aufbauen? Also du wirst ja den Summerslam irgendwie aufgreifen müssen, dann hast du eine Raw-Ausgabe, eine Smackdown-Ausgabe, dass du da komplett neue, da komplett die Würfel neu auf den Tisch schmeißt. Das ist, glaube ich, zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass das eine Rematch-Card wird. Also vielleicht ist abgesehen von einem Herr vs. Herr, selbst da, selbst da. Man kann einfach das große Summerslam-Rematch, dann hat man schon eine Marke wieder. Also ich kann es mir vorstellen, dass das passieren wird, dass es wirklich wie eine Art Backlash zu WrestleMania ist, dass man eben einfach den Großteil der Cards mit Rematches füllt oder eben Fuck-Finishes hat oder eben, es gibt so zwei, drei Möglichkeiten, wie natürlich jemand in einem Match eingreifen kann und dadurch wieder ein Match generiert wird. Aber ich habe da nicht so viel Hoffnung, dass es da neue Paarungen gibt. Das Motto des Summerslams ist ja, you will never see it coming. Vielleicht ist das Motto von Payback dann, it's not over yet. Irgendwas in die Richtung kann man sich ja wahrscheinlich ausdenken lassen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. WWE denkt sich ja jetzt zu jedem Pay-Per-View eine schmissige Tagline aus, deswegen bin ich mal gespannt, womit man dieses Mal auftrumpfen wird. Das ist typisch WWE, alles wird vermarktet und es wird nicht, es gibt kein Long-Term-Booking, es gibt keine lange Sicht auf irgendwas, alles wird vermarktet. Es ist noch nie da gewesen und noch nie, genauso mit dem Thunderdome. Es war noch nie, es wird größer als WrestleMania, wird es wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich größer als das diesjährige WrestleMania. Okay, aber es wird nicht größer als WrestleMania. WrestleMania ist das Größte, was die WWE hat, außer vielleicht diese Saudi-Shows. Du wolltest gerade sagen, größer als WrestleMania ist das eine, aber wird der Thunderdome auch so groß wie Saudi-Arabien, ist die Frage. Nein, nein, weil Hulk Hogan, Hulk Hogan wird sich nicht dazu herablassen, Thunderdome aussprechen zu wollen. Dann sagt er wieder Superdome oder Silverdome oder Super Silver Thunder irgendein Scheiß. Das hoffen wir, dass Hulk Hogan mit den Shows erstmal nichts zu tun hat. Goldberg wird mit den Shows irgendwann in den nächsten zwei Jahren noch was zu tun haben. Der hat noch einen Vertrag über zwei Jahre und hat insgesamt noch vier Matches zugeschrieben, aber das ist nur eine kleine Randinfo, die ihr schon wisst, wenn ihr auf unserem News-Kanal aktiv seid. Lass uns doch, wenn wir so viel über den Summerslam sprechen, auch mal auf die Kart schauen, was uns da jetzt eigentlich erwartet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches, die feststehen Stand Dienstagabend. Wir haben Drew McIntyre gegen Randy Orton im WWE Championship Match, Braun Strowman gegen den Fiend im Universal Championship Match, Bayley gegen Asuka, SmackDown Women's Championship, Sasha Banks gegen Asuka, Raw Women's Championship, United States Championship Match, Bobby Lashley und Sheldon Benjamin sind vom Ringverband, Apollo Crews gegen MVP, außerdem die Raw Tag Team Titel auf dem Spiel zwischen den Street Profits und Angel Garza und Andrade. Wir haben ein Street Fight Seth Rollins gegen Dominic Mysterio mit Rey Mysterio in seiner Ecke und wir haben ein Hair vs. Hair Match Mandy Rose gegen Sonja DeVille. Wenn du diese Match so hörst, was ist so dein Highlight und was ist deine generelle Meinung zum bisherigen Aufbau der Summerslam-Kart? Ich stehe wahrscheinlich relativ alleine da, wenn ich jetzt sage, ich freue mich auf das Hair vs. Hair Match zwischen Sonja DeVille und Mandy Rose, einfach weil ich sehen möchte. dass Sonja DeVille ihre Haare verliert, weil ich glaube, das sieht richtig cool. Ich gehe stark davon aus, dass DeVille das Match verliert, weil das würde absolut keinen Sinn machen, Rose eine Glatze zu schneiden und weil sie gerade einen neuen Look hat und weil eben die Haare auch so zu ihrem Charakter passen und DeVille einfach als Heal mit eben ohne Haare noch mal so etwas Spezielles hätte. Und da freue ich mich sehr drauf, nicht unbedingt auf das Match, sondern auf das, was danach kommt. Vom Talent her sieht alles gut aus, aber Dominic Mysterio gegen Seth Rollins, Street Fight. Ich liebe Rollins Arbeit in den letzten Monaten eigentlich, genauso wie Mysterio, der mich sehr überrascht hat, wie weit er schon ist für sein Alter. Und natürlich Randy Orton, den ich, also der in den letzten Monaten mit die beste Arbeit seines Lebens, seiner Karriere macht. Und zum Aufbau, zum Aufbau hat mich er auch gefragt, zum Aufbau Drew gegen Randy, die letzten Wochen waren ziemlich gut, die Segmente mit Ric Flair, jetzt auch mit Shawn Michaels, auch wenn er da, auch wenn Shawn ein bisschen früh wieder oben war nach einem Puntkick. Der Aufbau war gut, Strowman gegen Wyatt hat mich ziemlich neugierig gemacht, einfach, weil ich wissen will, was mit Alexa Bliss passiert. Diese Paarung war ja schon seit Wyatt vor acht Jahren, sieben Jahren mit diesem neuen Gimmick debütiert hat. Diese Paarung wollte man ja sowieso haben, die ganze Zeit. Ist Alexa Bliss, Sister Abigail und so weiter, haben sie nie den Trigger gezogen, jetzt vielleicht. Ansonsten ist der Aufbau, meh. Also Sasha und Bayley gegen Asuka hat mich an eine Road to WrestleMania von SmackDown vs. Raw 2006 oder 2007 erinnert, wenn die beiden Tag Team Champions auch die Champs der Brand sind. Es ist alles sehr, sehr eindimensional. Street Profits gegen Andrade und Angel Gaza, ja, wer hat's, wer hat's, Montez Ford vergiftet? Spoiler, Selina war's. You will never see it coming, sag ich nur. Ja, an sich find ich's, an sich find ich's okay, aber okay ist halt okay. Wenn ich so drauf gucke, McIntyre gegen Orton ist für mich aktuell die Topfede von WWE, gefolgt von der Mysterio-Familie gegen Seth Rollins. Das ist eine Fede, die ich zuerst nicht mochte, aber Seth Rollins hält mittlerweile keine Promos mehr, die mich so langweilen. Und Dominic Mysterio für mich gerade wirklich tatsächlich eines der Topfaces bei WWE. Mag den Jungen und kauft das Programm insgesamt. Ist nicht alles perfekt, aber das sind trotzdem die beiden Fäden, die mir bei WWE gerade am meisten Spaß machen. Andi Wormuth hat uns gefragt auf Patreon, der SummerSlam wäre ja eine gute Gelegenheit, um neue Stars aufzubauen. Seht ihr da etwas? Ich irgendwie nicht. Also man könnte Apollo richtig gut aussehen lassen. Denkt ihr, das wird passieren? Wo siehst du denn auf dieser Card die möglichen Groundbreaking-Performances, die Karrieren nach oben schießen lassen könnten? Also erstmal müssen wir uns, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass die WWE Stars aufbauen möchte. Das möchte sie nämlich nicht. Sie möchte das Produkt aufbauen. Und das Produkt soll der Star sein, weil damit damit nicht sowas passiert wie Rock, der dann nach Hollywood geht oder wie Cena, der dann weggeht, was ich für komplett dämlich halte. Aber ja, Drew McIntyre hat natürlich mit das Match seiner Karriere gegen Randy Orton einen hundertprozentigen Hall of Famer, First Class Hall of Famer. Wenn er den clean besiegt, ist das natürlich nochmal so ein großer Schulterklopfer für ihn. Asuka, wenn sie beide Titel holt, ist so eine Art Kulmination des letzten Pushes von ihr. Und ja, falls Dominic Mysterio Satrons besiegt, wovon ich nicht ausgehe, wäre es natürlich der erste Big, Big Win für ihn. Für Cruz gegen MVP weiß ich nicht. Ist die United States Championship mir zu wenig wert. Momentan zumindest. Wenn ich so drauf schaue, also bei Dominic Mysterio bin ich einfach mal gespannt, wie man das ganze Match dann versucht umzusetzen. Streetfight heißt natürlich, dass da jeder eingreifen kann, wie er lustig ist. Apollo, ja, ist ein guter, aber ich glaube, gegen MVP ist da jetzt so eine Outbreak-Performance. Da rechne ich jetzt gerade nicht mit. Das mit den Frauen wird sehr gut, aber da kommt jetzt kein frischer Star raus. Also wirklich viele frische Gesichter sehe ich jetzt nicht, wenn ich diese Card überfliege. Dennoch sehe ich hier und da doch auf jeden Fall Potenzial zu guten Matches. Und ich habe es schon bei der Raw-Review gesagt, WWE hat ja auch ein Deal mit Streaming-Plattformen abgeschlossen, unter anderem mit Peacock. Und da wird WWE auf einer wirklich großen neuen Streaming-Plattform Content ausstrahlen. Und wenn wir darüber sprechen, so WWE und Stars von heute, wie sieht denn das aus? Ich kann euch jetzt mal sagen, was denn auf Peacock, welche Inhalte WWE diesem Streaming-Dienst zur Verfügung stellen wird. Best of Stone Cold Steve Austin. Best of Shawn Michaels. Best of Randy Savage. Best of Brock Lesnar. Best of Wrestlemania. 25 years of Triple H game-changing moments. Steve Austin's Broken Skull Sessions, including The Undertaker, Goldberg, Kane, Big Show, Bret Hart and Ric Flair. Three Seasons of WWE Untold. Season 1 has Undertaker vs. Mankind and Eddie Guerrero. Season 2 features the second coming of ECW, how Sting finally debuted in WWE, the failed relaunch of WCW, Shane and Angle's brutal battle, Team Hell Noe is on Fire, That's Gotta Be Kane and Sting's Last Stand. Season 3 includes Rey, Eddie and The Rumble, Rodzilla runs wild, Angle vs. HBK and I am in the game. All 20 Episodes of the Monday Night War, 5 Episodes of WWE's ruthless aggression and all 21 Episodes of WWE WrestleMania Rewind. Ich erkenne ein Muster. Sag ich's mal so. Denkste. Also das, das, das am nächsten an uns dran ist, zeitliches Team Hell Noe und Sting's Rückkehr. Und Sting's Rückkehr war 2015. Das ist fünf Jahre her. Ist in diesen fünf Jahren nichts passiert. Nichts Großes. Nichts, weiß ich nicht. Irgendwas, was man vielleicht in den Streaming-Dienst anbieten kann. Ich glaub, wenn wir was zu Goldberg sehen, werden wir auch sicher was aus dem Jahr 2020 sehen, nämlich wie er im Februar den Feedback gesquasht hat. Ja, ja. Und darin liegt ja das Problem. Also du zeigst quasi Leuten auf einer neuen Streaming-Plattform. Hier, das ist WWE. Die Stars von heute sind entweder Clowns oder werden gesquasht. Aber so große Stars wie damals gibt's eigentlich nicht. Deswegen, ja. Der Großteil der Stars, die hier angesprochen werden, die haben ihre Wurzeln geschlagen in den 90ern. Und das ist halt jetzt dafür, dass wir jetzt fast 30 Jahre später darüber reden, dass WWE keine Stars hat, ist das dann schon, finde ich, sehr problematisch. Ich finde, das ist einfach eine ziemlich bezeichnende Auswahl, die WWE halt hier in einem Streaming-Sender oder einer Streaming-Plattform zur Verfügung stellt. Ja, wie gesagt, also Vince möchte keine Stars erschaffen. Er will, dass das Produkt der Star ist. Und er ist, ihm wird halt auch Recht gegeben, indem dann Roman Reigns, der eigentlich der größte Star der Company ist, völlig zu Recht übrigens, dann in der Corona-Zeit sagt, ich werde nicht bei den WrestleMania teilnehmen, ich werde nicht zu den Shows kommen einfach aus Rücksicht meiner Familie gegenüber und aufgrund seiner Vorerkrankung. Und das nimmt dann ihm dann halt auch so einen Star wieder weg. Aber dann muss er mit dem halt umgehen und neue Stars erschaffen. Und nicht sagen, ja, das Produkt ist der Star. Man sieht ja, wie es funktioniert. Wenn das Produkt der Star ist, ist niemand der Star. Und wenn niemand der Star ist, will niemand die Leute sehen. Mehr zum SummerSlam, den wir ja auch jetzt gerade noch thematisiert haben, den, die Preview, die kriegt ihr natürlich bei uns am Wochenende auch noch geliefert. Auf Patreon am Samstag gibt es das Ganze. Und wenn ihr übrigens wissen wollt, wann welche Podcasts kommen, dann schaut einfach mal in unserem Community-Tab auf YouTube vorbei. Da findet ihr immer eine aktuelle Liste mit dem Plan für die laufende Woche. Nach diesen gut ausgedrückten und gut gewählten Worten von dir, würde ich sagen, machen wir den nächsten Schritt und gehen weiter zu TakeOver. Und das ist ja auch noch ein Event, das geht fast so ein bisschen unter. Aber ja, das findet auch noch statt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es ist das Jubiläum NXT TakeOver 30. Vier Matches stehen Stand jetzt fest. Wir haben das NXT Championship Match Keith Lee gegen Karrion Kross, NXT Women's Championship, Io Shirai gegen Dakota Kai. Außerdem NXT North American Championship. Das ist das Leather Match zwischen Bronson Reed, Damien Priest, Cameron Grimes. Und wir haben da noch ein paar freie Plätze. Unter anderem ist die Frage Johnny Gargano oder Rich Holland. Und es ist die Frage Velveteen, Dream oder Finn Balor. Und wir haben noch das Singles Match von Adam Cole gegen Pat McAfee. Ich glaube, ein Match um den Cruiserweight-Titel kommt auch noch dazu. Santos Escobar gegen Isaiah Swerve Scott bietet sich an. Dann, ja, vielleicht noch ein Tag-Team-Titel-Match. Timothy Thatcher steht auch nicht auf der Karte. Also man könnte dann noch einiges um diese vier offiziellen Matches herum basteln. Aber wir haben jetzt vier Tage vor TakeOver, zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf. Aber es ist ungewöhnlich, dass irgendwie wenige Tage vor so einem großen Event bei NXT die Karte noch nicht komplett vorhanden ist, finde ich. Ja, es geht auch ein bisschen unter. Also dafür, dass es TakeOver 30 ist, 30 ist ja schon, ist ja ein Jubiläum, ist ja was Großes. Also ich habe bis vor ein paar Tagen, als ich dann recherchiert habe hier für den Podcast, dachte ich mir so, oh shit, es ist ja TakeOver. Es ist ja SummerSlam am Ende. Ja, vier Matches sind wenig. Klar, ein Fünftes kommt wahrscheinlich dazu mit dem Cruiserweight-Titel. NXT, vor allem bei TakeOver, ist ja auch, machen wir auch immer gerne, dass ein unangekündigtes Match dabei ist. Vor ein paar, ich glaube von einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist. War ja auch dann so ein Matt Riddle gegen Cassius Ohno, ein heißer Opener. Vielleicht auch ein Women's Match, dass das zukommt. Aber es sind nicht viele Matches, aber das finde ich auch nicht schlimm, weil man muss nicht acht Matches auf eine Karte packen, auch wenn es ein Jubiläum ist. Dann nehmt fünf oder sechs, gebt denen Zeit und reißt die Bude ab, weil das ist eine bessere Show als acht, zehn Minuten Matches. Es ist ja auch gerade bei NXT so, wenn wir da auf die Längen schauen von den Takeovers, ist es ja auch in der Regel so, dass die nach zweieinhalb Stunden vorbei sind und dass die Events sich ja wirklich richtig gut gucken lassen. Also die kannst du ja wirklich gut wegkonsumieren, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, zwischendurch es zieht sich, weil du in der Regel, du hast deine aufgebauten Matches, vielleicht hast du mal einen Match, was aus dem Hut gezaubert wird, was dann aber trotzdem wirklich gut wird. Und so hast du dann eigentlich nie einen wirklichen Schwachpunkt. Io Shirai gegen The Cola Kai, das dürfte ein gutes Pro Wrestling Match werden. Karrion Kross ist die Frage, wird er der neue Champion? Ich denke, das muss eigentlich passieren. Das Leather Match wird abreißen, da bin ich mir sicher. Cole gegen Pat McAfee, man hat halt eine Paarung für 700.000 TV-Zuschauer bei NXT aufgebaut, anhand eines Segmentes, was knapp 200.000 Menschen bei der Pat McAfee Show gesehen haben. Das hat sich dann in den Quoten auch gezeigt. Pat McAfee gegen Adam Cole, so glaube ich, das Einzige hier auf der Card, wo ich sagen würde, das lässt mich eher ein bisschen kalt. Das klingt jetzt auch, finde ich, nicht wie so ein Takeover-Abriss-Match. Ich lasse mich aber gern positiv überraschen. Es klingt wie ein SummerSlam-Match. Es klingt nicht wie ein Takeover-Match, das stimmt. Aber ich liebe Adam Cole und ich liebe alles, was er macht. Deshalb freue ich mich auch darauf, weil ich freue mich darauf, zu sehen, was er macht. Weil er wird irgendwas Geiles machen. Und wenn es nur ein Satz ist, den er ihm ins Gesicht brüllt oder ein Spot bei Adam Cole, ich liebe ihn, ist der beste Wrestler all-around, All-Star von NXT. Einer der besten in WWE, Arnold Sputal Error, einer der besten Factions der NXT-Geschichte sowieso, aber ich glaube auch in der WWE-Geschichte. Und Pat McAfee ist dann hoffentlich einfach nur ein Spielball, mit dem Adam Cole dann was Cooles machen kann. Aber ich habe Angst, dass er verliert. Also, Adam, ich habe Angst, dass du verlierst. Spielball ist aber ein gutes Stichwort. Carrying Cross, vor dem war bisher ja auch jeder Gegner ein Spielball. Beim letzten Takeover hat er Thomas O'Champer relativ easy weggesquashed. Jetzt das Titelmatch gegen Keith Lee. Glaubst du, wir werden einen neuen NXT-Champion sehen? Glaub ich das? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, die Paarung Cross mit Scarlett passt wie Faust aufs Auge. Der Entrance ist einnehmend. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war ähnlich gefesselt wie beim Fiend-Entrance. Vielleicht nicht ganz so, weil das war nochmal eine Stufe krasser. Ähm, aber ich bin Fan. Und auch wenn ich es schade finde, dass Keith Lee den Titel dann so schnell wieder verliert, vor allem da er auch den North American Championship wieder abgeben musste, glaube ich, dass Carrying Cross den Titel sich holt. Vielleicht kann dann Keith eher ins Leather-Match eingreifen, weil fünf Teilnehmer sind nicht so viele. Da könnte nur ein Sechster hinzukommen. Das wäre natürlich auch noch ... Dann müsste das Leather-Match der Main-Event werden und das NXT-Champion-Match müsste vorher stattfinden. Ja, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Aber mal gucken. Also, ich meine, ich bin mir auch relativ sicher, dass Carrying Cross neuer Champion wird. Frage ist dann halt, wie willst du das Programm weiterspinnen? Du hast Carrying Cross ja wirklich als jemanden präsentiert, der wirklich über allem steht. Und das Schöne bei solchen Programmen ist am Anfang, dass sie sehr imposant wirken. Das Schwierige bei solchen Programmen ist, dass es hinten raus sehr schwierig wird, so einen Run glaubhaft in die Länge zu ziehen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die vor NXT liegt. Man muss Cross dann Herausforderer geben für einen langen Titelrun und die Matches und Fäden trotzdem so gestalten, dass es sich nicht so schnell abnutzt, dass es nicht langweilig wird. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie NXT das macht. Und sonst lasse ich mich von TakeOver einfach überraschen. So ein richtig schlechtes TakeOver gab es nicht. Ich muss sagen, das letzte, aber wahrscheinlich auch wegen den Umständen, keine Crowd und so, war jetzt nicht ganz auf dem Niveau von denen davor, aber es war immer noch weit entfernt von einer schlechten Wrestling-Show. Und es würde mich sehr wundern, wenn wir über das Jubiläumstakeover sprechen würden, dann am Sonntag und sagen würden, das wäre eine der schwächsten Takeovers gewesen. Das glaube ich eigentlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es abfallen wird, einfach wegen der Crowd oder wegen der fehlenden Crowd. Aber wrestlerisch und was die Matches angeht, die Qualität der Matches angeht, glaube ich auch nicht. Der Velveteen Dream, das ist so eine Frage, ob wir den auch auf der Card sehen, wenn er diese Woche bei NXT gegen Finn Balor gewinnt, dann ja. Interessant diese Woche ja dann auch zu sehen, wie NXT in den Ratings abschneiden wird, ohne jegliche Konkurrenz von AEW. Und der Dream, also ich habe wahrgenommen, dass es so zwei Lager gab. Es gibt die Leute, die sich gefreut haben, dass er zurück ist. Und es gibt die, da zähle ich dazu, die das nicht so wirklich feiern konnten. Und wer hier die Podcast-Shows verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich ein ziemlich großer Velveteen-Dream-Fanboy bin. Aber ohne jegliches Statement von WWE oder vom Dream einfach weiterzumachen, als wäre nichts. Es fühlt sich für mich persönlich beim Schauen dann sehr unangenehm an. Wie geht es dir bei dem Comeback? Ähnlich wie dir, muss ich sagen. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Also vom ersten Match von ihm an mit Asta Black, dass er verloren hat. Er ist ein Star. Wenn er auftaucht, ist er ein Star. Aber es hinterlässt diesen faden Beigeschmack im Mund. Und ich fühle mich nicht gut, wenn ich mich freue, dass er wieder da ist. Einfach, weil es kein Statement gab bis jetzt. Gestern hat Triple H ein Interview gegeben mit CBS Sports und hat gesagt, dass der Grund, warum Velveteen-Dream nicht im TV war, nicht diese Anschuldigungen waren, sondern einfach der Autounfall, den er hatte. Und sie haben wohl, so sagt Triple H, recherchiert und geguckt, stimmt das, was zum Beispiel Josh Fuller gesagt hat? Und er sagt, sie haben nichts gefunden. Josh Fuller auf der anderen Seite sagt, mich hat niemand angesprochen. Mich hat niemand angerufen. Das hinterlässt alles einen faden Beigeschmack, wo ich sagen muss, ich liebe seinen Charakter und ich liebe eigentlich den Wrestler. Aber das muss geklärt werden und zwar endgültig geklärt werden. Weil dieser offene Fall, der es ja ist, der muss weg. Ich finde, dass auch Triple H da irgendwie in einem schlechten Licht dasteht. Ich habe das Interview auch gelesen und Triple H hat ja sinngemäß gesagt, wir haben da nichts Ungewöhnliches festgestellt. Und wenn du dann eben ein Opfer hast, was sagt, bei mir hat sich niemand von WWE ohne ansatzweise gemeldet, dann ist das halt, ich weiß nicht, dann weiß ich nicht, wie die Untersuchungen von WWE aussahen, ob sie mal kurz gegoogelt haben. Wobei, wenn sie gegoogelt haben, dürften sie einiges gefunden haben. Aber es gab ja wirklich einiges. Es gab ja Sprachnachrichten, es gab Nacktfotos, es gab Chatverläufe. Ich sage jetzt nicht, dass die der Wahrheit entsprechen, nur es gibt ja eine gewisse Grundlage von Anschuldigung, die auch mit vermeintlichen Beweisen hinterlegt ist. Und das sollte man ja eigentlich mal aus dem Weg räumen. Und es gibt den Begriff der Unschuldsvermutung, und das ist auch das Wort, was bei den Fans sehr oft benutzt wird, die das Comeback vom Dream wirklich feiern. Das Ding ist, wenn er unschuldig ist, warum sagt man uns das nicht? Also sollte es nicht WWEs größtes Anliegen sein, auch wirklich sicherzustellen, dass die eigenen Stars keinen Quark gemacht haben? Vor allem, wie Triple H es auch gesagt hat. Er hat gesagt, we didn't find anything. Ja, sie haben nichts gefunden. Aber ich habe nicht gesagt, er ist unschuldig. Ihr habt nicht gesagt, die, die ihn beschuldigt haben, haben gelogen. Wir haben Beweise, dass es nicht so ist. Sie haben gesagt, wir haben nichts gefunden. Und nichts gefunden kann nicht sein. Weil es Dinge gibt, die gefunden worden sind. Und für mich ist das größte Ding, was gefunden worden ist, die Aussage von Josh Fuller. Weil du kannst Chats löschen, äh, ähm, löschen. Du kannst Chats fälschen. Du kannst Bilder, die Velveteen Dream irgendwann mal geschickt hat, da rein kopieren. Denn es funktioniert. Ich sage nicht, dass es gemacht wurde, aber es funktioniert. Aber die Aussage von Josh Fuller, ähm, und dass sich die WWE nicht bei ihm gemeldet hat, obwohl gesagt wurde, we looked into that. Das ist für mich das Zeichen, dass WWE da nicht gründlich gearbeitet hat und versucht da irgendwie ein bisschen, das unter den Tisch zu kehren. WWE hat da auf jeden Fall einen Brand zu löschen, wie die Feuerwehr bei dir im Hintergrund. Oder der Krankenwagen. Ja, das hat man doch gehört, ne? Fenster ist offen. Hätte der Dream, äh, direkt gefeuert werden müssen? Wenn man mich das fragt, würde ich halt definitiv sagen, nein, hätte er nicht. Bis die Faktenlage ausgewertet ist. Aber eine Untersuchung, bei der, wie ich es schon gesagt habe, das Opfer nicht mal befragt wird, äh, und halt WWE beziehungsweise Triple H entscheiden, oder wird schon nichts gewesen sein. Wir lassen Zeit verstreichen, dann geht's halt weiter. Finde, das ist kein professioneller Umgang mit der Situation. Ich hätte den Dream, wie gesagt, nicht direkt gefeuert, aber ich hätte es wesentlich klüger gefunden, ihn dann zurückzubringen, wenn sich faktisch durch eine Untersuchung herausgestellt hat, die Vorfälle entsprechen nicht der Realität. WWE haut ein Statement raus, Dream haut ein Statement raus, stellt sich klar gegen Menschen mit pädophilen Neigungen und jede Form von Missbrauch. Davon gab es leider gar nichts. Der User Zackplay hat auf Patreon uns noch, ähm, folgenden Kommentar hinterlassen. Im Zuge vom Dream Comeback könnte man die Entlassung von Jimmy Havoc bei AEW ansprechen. Dachte eigentlich, er macht dieses Hilfsprogramm und darf danach wieder gehen, um euch da ins Bild mit reinzuholen. Da war es ja so, Jimmy Havoc, da gab es Vorwürfe gegen ihn im Rahmen von Speaking Out. AEW hat ihm eine Therapie beziehungsweise eine Art Hilfsprogramm finanziert und währenddessen die Anschuldigungen überprüft. Die Anschuldigungen stellten sich als Wahl heraus. Man hat Jimmy Havoc dann entlassen. Und was ich auch gleich sagen will, es geht hier echt gerade überhaupt nicht um WWE gegen AEW. Es geht hier darum, dass man auch ein bisschen Respekt gegenüber der Opfer aufbringt. Also alle Fanboy-Vibes mal jetzt bitte beiseite schieben. Hier geht es darum, einen richtigen Umgang zu finden, um die Opfer nicht vorzuführen, sondern jemanden mit einer gerechten Strafe zu belegen. Und da finde ich die grundsätzliche Herangehensweise von AEW mit der Situation insgesamt besser. Wie geht es dir da? Transparenter einfach. Und Transparenz ist das große Stichwort. Auch bei Sammy Guevara, ich glaube, es war in einem Podcast, als er das über Sascha Banks gesagt hat. Es wurde sehr offen kommuniziert. Es wurde gesagt, ja, er hat das gesagt. Er ist suspendiert. Wir haben ihm eine Therapie angeboten. Da er sich in den letzten drei Jahren aber so unfassbar vorbildlich verhalten hat und er sich umfangreich in sehr, sehr langen Videos dafür entschuldigt hat und auch mit Sascha Banks über Social Media in Kontakt gekommen ist, haben sie ihm halt nicht entlassen, sondern haben ihm diese Therapie angeboten. Aber es ist alles sehr transparent. Es wurde gesagt, so sieht es aus, das machen wir, das erhoffen wir uns davon. Und bei WWE, auch bei Matt Riddle. Matt Riddle ist auch so ein Beispiel dafür. Velvet Teen Dream, Matt Riddle. Also, es ist alles, man weiß nicht genau, was passiert ist. Man weiß nicht genau, was die WWE gemacht hat, um die Sache aufzuklären. Man weiß nicht genau, wer sagt die Wahrheit, wer lügt. Man bekommt einfach nur Reports von Dirt Sheets, Reports über Social Media von den Beteiligten selbst. Und niemand gibt wirklich eine klare Transparenz, wie vorgegangen wird. Und das muss eigentlich von der großen Company, die WWE ist, gemacht werden. Und AEW hat es vorgemacht, im Fall Jimmy Havoc, im Fall Sammy Guevara. Und das fehlt leider bei WWE in dem Fall. Ich weiß nicht, gab es einen Fall jetzt in der Speaking Out-Bewegung, bei dem sie es gemacht haben? Ich weiß, dass Jack Gallaher entlassen wurde. Jack Gallaher. Ja, aufgrund dieser Entschuldigung. Tyler Bate gab es, glaube ich, auch. Aber der ist noch da. Tyler Bate ist noch da, generell bei NXT UK. Da gab es halt so die ein oder andere Entlassung, das weiß ich noch. Also da, ich glaube, Ligero heißt der. Da wurde der ein oder andere Trainer und Wrestler entlassen. Da warten wir aber einfach mal ab, wenn jetzt vor allem dann NXT UK auch wirklich wieder so ein bisschen auf die Bildfläche kommt. Welche Superstars denn da wirklich eine Rolle spielen werden? Der Brand stand ja eine Zeit lang auf der Kippe, aber da läuft der Betrieb langsam an. Aber wenn durch Speaking Out was deutlich geworden ist, dann dass vor allem auch das britische Wrestling ein Problem hat und dass das nichts ist, was mal eben von heute auf morgen weggewischt ist, sondern da wird nachhaltig gegen vorgegangen werden müssen. Und WWE als Marktführer, der dann in England natürlich auch jetzt einen großen externen Zweig sich aufgebaut hat, muss dann natürlich auch Zeichen setzen. Wir werden das Ganze beobachten und auch ein Auge darauf haben, wie WWE weiter mit der Situation umgeht. Und vor allem auch, wie der Velveteen Dream jetzt von den Fans dann angenommen wird. Vielleicht ist es auch für WWE gerade ganz gut, dass sich die Leute aktuell nur im Internet und nicht vor Ort im Publikum äußern können. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, denn ich weiß nicht, wie die Reaktionen ... Bei der Fullstyle-Crowd ist es immer schwer zu beurteilen, wie sie dann einen von ihren Lieblingen, den sie halt groß gemacht haben, grüßen, wenn er wiederkommt. Ich glaube, im ersten Moment wäre ein großer Pop gewesen bei Velveteen Dreams Entrance. Aber im Laufe des Matches oder im Laufe der Realisierung ... Ah, warte, da war ja was, warum er anscheinend weg war. Und es ist ein Vorteil, dass gerade keine Fans dabei sind. So kann WWE halt im Endeffekt machen, was sie wollen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr vom Comeback vom Velveteen Dream? Ist es richtig, wie WWE vorgegangen ist? Oder sagt ihr, nein, man hätte da noch mehr klären sollen? Bin ich sehr gespannt, was ihr uns da in die Kommentare schreibt. Und wir haben auch Kommentare bekommen, wir haben Fragen bekommen. Hier, ja, für diese Ausgabe von Hauptkampffragen könnt ihr stellen bei uns auf Patreon, patreon.com.spotfightpodcast. Das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr Supporter werden möchtet. Dort gibt es auch ein Themenvoting. Deswegen sind die Themen heute hier so entstanden, wie ihr sie gehört habt. Und der User JJ hat gefragt, Stand Montag sind acht Matches für den SummerSlam angekündigt. Ich denke, bei Raw und SmackDown dürften noch ein oder zwei dazukommen. Erwartet uns hier etwa wieder ein Vier-Stunden-Event. Und wird der Streetfight zwischen Rawlins und Dominik ein Live-Match, pre-taped oder sogar wieder ein Cinema-Match? Ich hoffe nicht, dass es in vier Stunden Pay-Per-View wird. Es wird so viel Wrestling geben, die nächsten Tage, Wochen. Und klar, es wird sich wahrscheinlich von Payback abheben müssen. Und wenn Payback dann auch wieder in dreieinhalb Stunden geht, dann wird es wahrscheinlich schon länger. Ich gehe davon aus, dass noch ein, zwei Matches hinzukommen. Ich finde jetzt, glaube ich, drei Women's Matches. Da vielleicht noch eins. Dann hast du eine relativ ausgeglichene Card, vielleicht auch ein Tag-Team-Match oder so. Also, ich gehe auch davon aus, dass es vier Stunden werden. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage wird, ob Rawlins und Dominik live, pre-taped oder in einem cineastischen Match aufeinandertreffen. Ja, es wird live aufgenommen. Also gehe ich davon aus, dass es ein Live-Match wird? Oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, nee, das ist jetzt wieder die Herangehensweise. Aber das Match von Rawlins und Mysterio bei Extreme Rules zum Beispiel wurde auch mit einem Live-Banner gekennzeichnet, obwohl es pre-taped war. Mal gucken. Also, wenn WWE uns nicht anspindelt, sollte der Pay-Per-View live sein. Das Beste an der Pandemie-Ära bei WWE war ja tatsächlich, dass die Pay-Per-Views teilweise nur zwei Stunden 20 gingen. Also, das war wirklich ein riesen fetter Pluspunkt. Drei Stunden würden mir beim SummerSlam absolut reichen. Ich hoffe, da wird man nicht drüber gehen. Und ja, dann gucken wir mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Im cineastischen Streetfight braucht jetzt gerade, glaube ich, kein Mensch. Der zwischen Orton und Edge bei WrestleMania, den fände ich stark. Auch wenn er im Ticken zu lang war. Aber es war ja kein cineastischer, aber es waren vorher aufgezeichneter. Aber das brauche ich nicht. Lass sie wrestlen. Lass sie in Streetfight einfach wrestlen. Lass sie das machen, was sie machen als ihren Beruf, was sie können. Lass sie machen. Sie haben eine große Arena zum Kaputt schlagen. So sieht es aus. Empty Arena-Match. Empty Arena-Streetfight. Bastian hat uns gefragt, sieht AEW die Stunde parallel zu TakeOver als kleine Kampfansage? Ich weiß, man muss es tun, weil TNT die NBA auf dem Sendeplatz gesetzt hat. Aber trotzdem ist es doch eine Ansage, oder nicht? Was denkst du? Es wird interessant zu sehen sein. Es wird eine Ansage, wenn die Ratings stark sind. Ich glaube, AEW kann nur gewinnen in dem Fall. Einfach, weil du eine AEW-Dynamite-Aussage gegen ein Pay-Per-View-Event hast. Pay-Per-View-Event sind immer spezieller, sind immer größer als eine normale Ausgabe. Und deshalb, wenn sich ein Fan dazu entscheidet, NXT TakeOver zu gucken, anstatt AEW, dann glaube ich nicht, dass das so schlimm ist für AEW. AEW kann nur gewinnen, glaube ich. Weil Mittwoch, NXT, wenn sie da keinen wirklich signifikanten Zuwachs haben zu ihrem normalen Rating, dann zeigt das, dass die Leute, die sonst Mittwoch AEW gucken, keinen Bock auf NXT haben. Und nicht einfach nur sich zwischen zwei Wrestling-Shows entscheiden. Und das wird sehr, sehr interessant sein zu sehen. Weil alle AEW-Zuschauer, weiß nicht, 700.000, müssten dann ja eigentlich, wenn man sich entscheiden müsste, rüber zur NXT wechseln. Glaube ich aber nicht. Und ich bin gespannt, wie viele von denen rüber wechseln. Samstag wird diese Stunde, in der sich beide Shows überlappen, auch sehr interessant sein zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass AEW da verlieren kann. Man kann nur gewinnen. Oder eben, wenn man kein gutes Rating erzielt, ist es halt, ja, wache Takeover. Die Schnittmenge von AEW und NXT-Fans liegt nachweislich so bei um die 250.000. Also wenn wir auf die Quoten schauen am Mittwoch, würde ich mal so in den Raum stellen, wenn NXT unter 850.000 Zuschauern landet, dann wäre das schon eine arge Enttäuschung. Also da, denke ich, wird man schon versuchen, mal mindestens über 900.000 zu kommen, wirklich ohne Konkurrenz. Und wenn man sich anschaut, wie NXT ja angefangen hat mit 1,2 Millionen. Jetzt hat man zuletzt irgendwo bei ein bisschen mehr als 600.000 rumgedümpelt und sich innerhalb von wenigen Monaten um 50 Prozent, ja, verkleinert, was die Zuschauerschaft anging. Da sollte doch so ein Tag ohne Konkurrenz doch nochmal ein Zeichen sein. Hey, wir sind hier nicht ohne Grund. AEW hat jetzt am Wochenende ja nicht nur Takeover als Konkurrenz. Es läuft ja auch UFC, MLB, NHL, glaube ich, auch. Also Samstag ein riesiger Sportabend in den USA. Da ist eigentlich AEW nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Spannend wird dann halt wirklich zu sehen sein, wie performt NXT. Die AEW-Quote vom Samstag ist, glaube ich, gar nicht so relevant. Also ich hoffe einfach nur, dass der Sender das dann auch so einschätzen kann. Es gab ja jetzt vor kurzem den Wechsel bei vielen Offiziellen, unter anderem Kevin Reilly, der ein großer Supporter war von AEW. Der ist jetzt nicht mehr bei TNT in der Chefetage. Und ja, ich hoffe einfach, dass man nicht so viele Fans verliert in den Wochen. Man wird ja jetzt zwei Wochen in Folge nicht am Mittwoch laufen. Das nächste Mal ... Ja, wobei, nein, stopp, ich habe Mist erzählt. Diese Woche wird man nicht laufen. Genau, dann am 26. läuft man wieder. Und dann gibt es aber trotzdem nochmal zwei Termine, meine ich, im September, bei denen AEW einmal Donnerstag läuft, einmal eine Doppelfolge Donnerstag und Freitag. Also da gibt es ganz viele wilde Geschichten. Das erfahrt ihr aber bei uns in den AEW-Reviews. Ähm, aber da, ja, ist eigentlich wichtiger, wie viele Leute schalten dann wieder ein, wenn AEW regelmäßig mittwochs läuft. Weil das ist so die große Gefahr, die jetzt natürlich besteht, dass die Leute mittwochs AEW einschalten wollen. Es läuft nicht. Das machen sie eine Woche, zwei Wochen. Und dann denken sie, ja, wo ist es? Und dann vergessen sie es. Und das ist so ein bisschen das, wo man gegen vorgehen muss. Und natürlich, die NXT-Quoten sind auch gespannt. Oder die erwarte ich auch gespannt. Das Takeover gegen AEW läuft, würde ich jetzt gar nicht so als Kampfansage bezeichnen, sondern einfach als eine, joa, Kette von Entscheidungen, die eben so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Niklas, moin moin, schreibt er. Zwei Fragen zum Summerslam habe ich. Wie hoch ist für euch die Wahrscheinlichkeit, dass der Universal- oder WWE-Champion nach seinem Match von Brock Lesnar, Roman Reigns oder einem anderen großen Namen angegriffen wird? Möchte von dir einen Prozentwert hören? Ähm, beim Universal-Championship-Match null. Beim WWE-Championship-Match, auch wenn es einer im Universal-Championship-Match eingreift, dann wow, aber null. Und bei Drew McIntyre gegen Randy Orton 35 bis 40. Also, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Niklas hat das gesagt, nicht ich. Ja, aber du hast es vorgelesen. Es gibt Leute, die noch Vertrag haben. Ich glaube nicht, dass es Roman Reigns sein wird, einfach aufgrund seiner Vorgeschichte. Die Möglichkeit ist da. Die Frage ist, ob die WWE diese Fäde zwischen McIntyre und Orton damit abschließen möchte. Was ich nicht glaube. Ich glaube, Orton ist einfach zu sehr on fire, dass du ihn jetzt nicht mehr da oben rumschwimmen lassen kannst. Ich glaube, es wird noch ein Rematch geben. Deshalb 30 Prozent, aber ich glaube nicht. Ich würde eine Chance von 10 Prozent ausrufen. Everything can happen in the WWE. Aber wenn du vorhast, jetzt zum Beispiel in Orton den Titel zu geben oder wenn du da die Fäde generell weiterziehen möchtest, dann sollte man die Zeit nach dem Summerslam erstmal dazu nutzen, richtige Face-Contender für Orton aufzubauen. Insofern weiß ich nicht. Also irgendein Eingriff nach dem Match, ich glaube es eigentlich nicht. Die Anschlussfrage von Niklas, die finde ich eigentlich auch ganz spannend. Er hat gefragt, denkt ihr, dass man endlich mal was mit Otis und dem Koffer macht oder verliert er den irgendwann so dämlich wie Strowman damals? Ich vergesse jede Woche, dass er noch den Koffer hat. Und wenn er dann, ohne Scheiß, ich vergesse jede Woche, dass er so den Koffer hat. Er kommt raus und dann denke ich mir, ah, da war ja was. Mr. Money in the Bank. Ich kann mir Otis auch als World Champion nicht vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen, dass die WE so eine Story aufbaut, dass er einfach vergisst, dass es so ein Ablaufdatum gibt. Er hat so ein Jahr Zeit. Dass er einfach vergisst, dass er den einlösen kann oder dass er vergisst, wann das Datum war, wann er ihn gewonnen hat. Ich kann ihn mir nicht als World Champion vorstellen. Aber da ist es auch wirklich tagesformabhängig, was Vince jetzt denkt. Manchmal findet er ihn lustig, manchmal nicht. Und manchmal fällt ihm ein, ah, oh, das gibt es ja auch noch. Der hat ja auch noch einen Koffer, ist wie bei mir. Ich weiß nicht, ich will ihn nicht als World Champion sehen. Ich bin gerade relativ zufrieden mit den Leuten, die oben an der Spitze stehen. Wenn man ihn aufbaut, kann man ihn auch als legitimen World Champion verkaufen, da er im Moment sich nicht im Aufbau befindet und es auch gerade nicht so aussieht. Jetzt hätte man mit ihm ein ganz Großes vor. Würde ich im Moment mal drauf tippen, dass er gar nicht eincashet. Sollte er doch wie der Erwartung eincashen, dann glaube ich, wird das entweder ein Tidal Run von ein paar Tagen oder er wird es wirklich vermasseln. Vielleicht ja wirklich ein Missgeschick mit Mandy Rose. Wir schauen mal. Alfie fragt, kann The Elite durch BTE überhaupt noch mal Full Heel werden? Da wird ja regelmäßig mit Kayfabe gespielt. Kann man, Leon, kann man Smartmarks gegen sich aufbringen? Ich bin der Meinung, das kann man. Safe. Also es gab ja auch schon Being The Elite, als sie noch in New Japan waren, als sie Heels waren. Klar. Das japanische Publikum ist dann, es gab nicht so viele Überschneidungen mit dem amerikanischen oder internationalen generell, aber die Young Bucks sind mit das beste Tag-Team der Welt, sind unfassbar stark in Storys, sind unfassbar gute Heels, was man ja immer wieder vergisst, weil die so mega sympathisch sind und sich auch immer so sehr, sehr sympathisch geben bei BTE und mit Kayfabe-Spielen und mittlerweile auch von Matt Hardy Wrestling-Begriffe erklären lassen, einfach, dass man mehr versteht als Smartmark oder als angehender Smartmark und sie können Heels sein. Also das funktioniert. Man kann, sie waren ja auch, ich glaube, in BTE waren sie auch mal Heels. Wenn man die Frage stellt, können sie überhaupt noch mal Full Heel werden, da wird ja regelmäßig mit Kayfabe gespielt, dann turnen sie einfach auch mit diesem Spielen des Kayfabes. Die Zuschauer sind smart, aber du kannst auch gegen Smartmarks turnen und Ausgebot werden. Beleidige die Fans dafür, dass sie den Zirkus-Steel bei den Bucks feiern, beleidige die Fans, dass sie jemanden wie Orange Cassidy feiern und dann hast du, knüpfst du eine Internet-Diskussion an und bei sensiblen Punkten, die es ja auch so gerade gibt und deswegen Smartmarks kannst du absolut triggern. Also geht mal unter irgendein WWE-Post von Monday Night Raw, da siehst du, was da für ein Feuerwerk abgeht. Das macht Chris Jericho auch sehr gut. Chris Jericho macht es. Wenn du das angesprochen hast mit Orange Cassidy, das funktioniert, wenn du es drauf hast. Chris Jericho ist tatsächlich das beste Beispiel, wenn es darum geht, Smartmarks zu trollen. Also der ist ja wirklich, der hat es ja mittlerweile wirklich zum Demo-Troll auch geschafft ein Stück weit und Leute nehmen das ja alles ernst. Also er muss nichts tun, außer Zahlen zu posten oder irgendwas zu retweeten und Leute halten ihn für den größten Heel. Und das ist halt, ne, und dann schalten Leute aber trotzdem wieder ein, um zu sehen, wie ihr aufs Maul bekommt und das ist letzten Endes, deswegen macht Jericho dahingehend ziemlich viel richtig. Tom hat uns gefragt, das ist die letzte Frage, über die wir sprechen wollen, wie hättet ihr eine Gruppe wie Retribution ins Main Roster-Programm eingeführt? Was war eurer Meinung nach das beste Beispiel für eine erfolgreiche Einführung eines Stables ins Main Roster? Danke für eure Antworten und macht weiter so. Ich werde dir jetzt ganz dreist einfach vorn wegnehmen, das Offensichtliche, das ich jetzt natürlich Shield nenne, aber du darfst vielleicht ausführen, was du davon hältst und vielleicht auch warum. Das erste Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist von erfolgreicher Einführung ins Main Roster ist Nexus. Es war zu der Zeit, glaube ich, als ich gerade wieder angefangen habe, Wrestling zu gucken, ich hatte so eine kleine Pause, wo ich zu cool war und dann habe ich angefangen, Wrestling zu gucken und da kam der Nexus gerade rein und sowas habe ich halt noch nie gesehen. Also die haben den Ring zerstört, die haben Justin Roberts mit seiner Krawatte gewirkt, sie haben einfach alles zerstört. Vollkommen aus dem Nichts, für mich damals auf jeden Fall. Und bis zu diesem sehr berühmten Summerslam Match, ich glaube, es war Summerslam, ne, Survivor Series, sorry, Survivor Series Match gegen John Cena. Es gab auch ein Summerslam Match gegen John Cena und viele Menschen mit Bret Hart und so, das gab es auch. Genau, aber ich glaube, das war das Survivor Series Match, dass Cena dann am Ende eins gegen drei gewonnen hat und den Nexus somit einfach, ja, praktisch wieder eingestampft hat. Aber Retribution hat dir den Ring auch zerstört. Wenn du die beiden Gruppen jetzt miteinander vergleichst, also der Nexus hat dir die Matte abgerissen, Retribution hat ja direkt die Hanfseile mit der, mit der Kettensäge zerstört. Es ist, ja, eben, es ist Wrestling. Warum kommst du denn mit einer verfickten, kannst du es blieben, warum kommst du denn mit einer Kettensäge rein? Was willst du denn mit einer Kettensäge? Emotionen bleiben hier drin. Was willst du denn mit einer Kettensäge? Willst du dem einen Arm abschneiden oder was? Das ist Wrestling, du musst es auch nicht übertreiben. So, du kannst mit Kenndustlinks reinkommen, mit Stühlen, mit, du hast ja Möglichkeiten von Waffen, du kannst einen Baseballschläger nehmen, mit Stacheldraht umwickelt, aber doch keine Kettensäge. Also, wer glaubt, eine Kettensäge wird eingesetzt, also, ein bisschen Realismus muss schon da sein und, ähm, es ist ja auch sehr offensichtlich, dass es nicht immer dieselben Typen sind, die reinkommen. Es werden auch mittlerweile mehr. Ja, es werden mehr und vor zwei Wochen bei Smackdown, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das auch in den News hatten, vor zwei Wochen bei Smackdown, ähm, war eine unter dieser Retribution-Maske, Maske hatte lange, dunkle Haare, ähm, mit gefärbten lila Spitzen und genau diese Frau ist in der darauffolgenden Woche von Retribution als Zuschauer äh, verprügelt worden. So. Und das ist einfach so oft, offensichtlich, wo ich mich frage, Leute, das müsst ihr doch sehen. Und bei Nexus war es einfach so, es war einfach, sie kam rein und haben alles zerstört. Und bei Retribution hast du dieses Ganze drumherum, du hast dieses Lichterflackern, dieses Überproduzierte, wovon ich nicht so ein Fan bin. Ähm, und du weißt gar nicht, was wollen die? Du weißt nicht, was sie wollen. Bei, beim Nexus hattest du dieses klare Motiv von Anfang an. Und vor allem hat der Nexus irgendwann sich auch wirklich großen Namen gewidmet. und Retribution ist ja, vor allem der Nexus wurde auch ernst genommen, während bei Retribution ja mittlerweile selbst die Superstars sagen, äh, Big E zum Beispiel in allererster Linie, was sind das eigentlich für Baby-Ninja-Turtles? Und das ist halt, äh, damit wirkt das Roster jetzt nicht wie eine krasse, ernstzunehmende Bedrohung. Ja, es ist halt wie ja diese, für schnelle Lacher, so, haha, Baby-Ninja-Turtles, lustig, weil die alle klein sind, ne, sie sind aus wie 15-Jährige. Ja, aber damit, damit baust du sie doch nicht auf, damit sind sie einfach nur, sie sind kein Dorn im Auge, sondern so ein Gerstenkorn, was du einfach, das ist ein bisschen nervig, das willst du rauswischen, aber mehr ist es auch nicht. Und das ist kein guter Aufbau für eine Faction, die, ähm, ich weiß nicht mal, ob sie, mittlerweile weiß ich nicht mal, ob es eine ernstzunehmende Faction sein soll, oder ob sie einfach nur von Woche, sie gehen wahrscheinlich einfach nur von Woche zu. Also, es wäre schön, wenn man einen langfristigen Plan hat, aber das, ähm, wäre schön. Da gab's ein sehr schönes Interview von Big Show vor, von Big Show, Alter, vor, äh, ein paar Jahren war das sogar, da hat er mal erzählt, ähm, als er noch Teil des Creative Teams war, in den Monday Night Wars wurden am Tag vor der Show für vier Monate im Voraus geplant, so, da wurde gesagt, okay, was machen wir in vier Monaten? Und zu dieser Zeit, das war, glaube ich, für drei Jahre oder so, oder zwei Jahre, zu dieser Zeit war es einfach so, was machen wir morgen? Das ist dieser Unterschied einfach, ähm, was die Langfristigkeit angeht. Es ist, es ist leider sehr, sehr spürbar. Ja. Schauen wir mal, die große WWE-Sommerwoche steht, oder die Sommerwochen, sollte ich sagen. Selbstverständlich bekommt ihr alles bei uns, wir versorgen euch mit News, wir versorgen euch mit Podcast, www.spotfight.de ist eure zentrale Anlaufstelle, und, ähm, ja, bleibt uns gewogen, es gibt, äh, maximales Programm, das war Hauptkampf in dieser Woche, ja, mal eine Mittwoch, soll auch mal vorkommen, wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt, wie es mit den nächsten Podcast-Ausgaben aussieht, schaut einfach mal in den Community-Tab, und dort gibt es den Plan für die laufende Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, genießt Wrestling, Leon schickt euch jetzt mit den Schlussworten nach Hause, ich sage, macht's gut, auf Wiedersehen, Tschüss! Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Haut rein! Schönen Mittwoch!